Echt? Da ist es nicht mehr so weit? So lang? So weit? Zehn oder zwölf, okay. Guckst du nach? Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kain würde das sicher befallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Mareka beschäftigt. Als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kain schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt sehr bald. Weil das Dead Space dank EA auch tot. Ja, der dritte Teil war auch nicht mehr so cool. Ich hab ja mal mit Panty ein bisschen Let's Play gespielt, aber... War nicht mehr ganz so... Aber der macht echt Spaß, muss ich sagen. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist. Hallo Flake! Einen wunderschönen... Guten Abend. Und? Hier ist ein Mischer. Ich... Mischwürgen was. Aufgabe erfüllt! Yay! Das war's, Isaac! Jetzt musst du nur noch... Das reicht jetzt! Was? Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Achtung! Ausfall der Hinserhaltssysteme auf der Karmstadt. Oh, an... Oh, natürlich. Isaac, er hat den Druck auf den gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich! Du hast nicht viel Zeit! Okay. Und muss ich jetzt wieder an diesen Typen vorbei? Ih, nein! Ah, nein! Ich hausse diese Fischer! Nein, 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 nein! Lass mich, lass mich! Lass mich, lass mich, lass mich! Lass mich, lass mich, lass mich! Oh Gott. Ich muss... Ja, nein. Komm! Oh Gott... Das sind neue, das sind andere. Hallo, ich muss hier mal gerade Luft holen. Danke. Hallo, Entschuldigung. Tschüss. Warum hechelt der so? Ich habe da gerade Luft genommen. Ah! Ich habe eigentlich keine Medipacks mehr. Nein! Nein! Mit Maus ist das Spiel nicht so schwer. Ich weiß nicht, ich habe es angefangen mit Maus und Tastatur. Das war irgendwie sehr, sehr seltsam. Kam das schon mit den Kometen oder was? Ja, Asteroids gab es schon. Das hatten wir schon im letzten Stream. Das war schon auf YouTube draußen. Ich habe auf die Maus gewählt. Was? Wer grunzt denn hier? Das ist gar keine Dumme. Ein Sichlor. Kann ich das fangen, bitte? Ja, das fange ich schon. Hallo? Danke. So, ähm... Warte, da jetzt gleich zuerst die Kleinen. Kommen nämlich mal diese Waffe, die ich nicht mehr nachhaben kann? Hä? Eben hatte ich ja Munition dafür. Wieso habe ich denn jetzt nach dem Tod keine Munition mehr, wo ich eben genau auch hier war. Habt ihr da eben extra noch nachgeladen? Nein. Spiele, was machst du mit mir? Entschuldigung. Okay, ähm... Na, die ist auch kacke. Dann nehmen wir doch die. Okay. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung zu bilden. In Dead Space 4 gibt es dann auch Poké-Bälle. Bitte zum Abschluss. Man kann es diese ganzen... Wie heißen die? Haben die Namen? Ich weiß nicht. Diese Viecher hier... Das war gut, wenn man schon vorher loskommt. Das war klar. Kann ich hier nicht auch. Okay, die springen nicht sofort an. Okay, jetzt rennen. Ah, da kommt die Kleine raus. Willst du mich verarschen? Ich hab keine Muni. Ich hab doch keine... Ah! Äh... Hab ich mir irgendwas nach Muni? Damit... Ah, das würde wieder der Unkaputt waren. Scheiße. Ah, ich kann nicht dabei laufen. Niemals auf dem Bauch stehen. Ach so. Ich dachte, die kämen immer. Hallo! Scheiße! Und dass dieser Ton so dumpf ist, wenn man nur keine Luft hat, find ich auch ein bisschen... Das ist irgendwie... Das ist ein komisches Gefühl. Ah, Kunstgern. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice. Ja, kennen wir schon. Wo grunzt der? Hier oben? Über mir? Okay. Ich guck mal, ob ich jetzt... Nein, nein, nein. Ob ich jetzt irgendwas nachladen kann. Okay, der ist voll. Der Ripper. Ja, gut. Ach, jetzt hab ich hier... Jetzt hab ich hier wieder Munition. Hab ich das eben übersehen? Ich hab doch alles aufgenommen, was hier lag. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Die Flasche, ja. Bitte zum Abschluss mischen. Wenn ich's schaffe, die mitzunehmen... Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Okay, das eine Würmchen ist mir jetzt egal. Das schüttel ich jetzt so ab. Ich weiß noch nicht mehr, wie man schleudert und fallen lässt. Ich kenne den Unterschied... Also ich kenne den Unterschied gerade nicht. Habe ich überhaupt mal mit dem Ding? Nee. Toll. Okay, das ist fallen lassen. Nein! Mach auf! Hallo? Mach doch mal auf! Ah, das war Schleudern. Der Bauch hängt bei denen so tief. Schwierig dann nicht, den Bauch zu treffen. Nein! Scheiße. Scheiße! Scheiße! Ja, und der lebt natürlich auch noch. Ah, ja, du bist... Na klar, du bist auch noch da! Was eine Kackstelle, ey. Das hat man ganz schön angezogen. Letztes Stream war noch irgendwie deutlich angenehmer. Jetzt plötzlich drehen die total ab, alle. Das ist doch deine ganze Wohnung, dass ich den gut und sterb nicht mehr verbringe. Ja. Das stimmt. So. So ein 80.000 Mal dasselbe. Audioloch. Ja, kenn ich schon. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. So, ich probiere es nochmal mit der Flasche. Dass die Türen auch irgendwie keinen Näherungssensor haben oder so. Das ist doch, Isaac. Jetzt musst du nur noch sein Gericht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Jetzt habe ich da wieder keine Munition. Ich verstehe das nicht. Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Das geht natürlich auch ganz gut. So, ich nehme den jetzt nochmal mit. Dir zuzugucken ist ein Traum. Du rettest meine Arten. Dankeschön. Haha. Danke, Schatz. Die Tür ist wieder zu. Geht nicht, raste auf. Hallo? Hä? Wo ist denn das Ding hin? Das hat sich gerade da hingeworfen. Ist er jetzt tot? Wo muss ich überhaupt hin? Hier? Nee. Aber hier gibt es nie. Aber ich habe keine Luft mehr. Ja, ja. Ich habe keine Luft mehr. Hallo? Geh weg. Ich muss da durch. Danke. Der macht echt Platz. Ah! Der lebt da immer noch. Nimm Sauerstoff. Hat er Sauerstoff? Nimm Sauerstoff. Nimm Sauerstoff, Alter. Wo muss ich überhaupt hin? Doch. Lauf, 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 lauf. Ja, ja. Geh weg. Lass mich. Hörst du. Stand by. Lebenserhaltung. Ah! 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 Letzte Sekunde. Wir haben alles um das Gift herz. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemie-Labor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann Ihr drin kaum atmen? Ich kann Sie kaum noch hören, Herr Mintz. Das war zu knapp, ja. Ich habe über den anderen Kanal. Oh, Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Die geile Mische. So erst mal speichern. Mal gucken, wann er keine Lust mehr hat, ständig alle umzunehmen. Jetzt gerade. Wie du siehst, bin ich auch jetzt gerade schon vorbeigelaufen. So, äh, wir geben mal unsere wertvollen Credits mal wieder für Munition aus, weil irgendwie... Gut, ich konnte jetzt zurückgehen in diesen einen Raum, da war ja noch Loot. Aber das möchte ich ja doch nicht. Wir haben 18.000 Geld. Hier gibt es aber sonst nichts Tolles. Ich würde gerne Plasma-Energie, 1, 2, 3, 4... Äh, habe ich denn noch Medipacks? Oh, warte. Äh, Halbleiter, sondern nur zum Verkaufen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, das war so. Ein mittleres Medipack habe ich noch, dann kaufe ich noch mal. Wenn ich einen Knoten kaufe. Wäre eine Idee... Ja gut, ein Knoten. Okay, Schock, du hast mich überzeugt. Einen Knoten kaufe ich. Äh, und nochmal ein mittleres Medipack. Und jetzt bin ich fast arm. Aber ich speichere jetzt mal nicht. Ich habe jetzt vor dem Kauf gespeichert quasi. Das ist so meine Reiserücktrittsversicherung vom Kaufen. So. Ich dachte, hier steht jemand. Das ist nur ein blödes Bild. Äh, warum ist hier dunkel? Ja, einmal nachladen, danke. Die Dunkel... Ah! Was? Ach, nö. Was ist jetzt immer wieder? Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydro-Station ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan, nicht Leviathan. Leviathan. Äh, jetzt bin ich wieder hier? Warum renne ich eigentlich immer im Kreis? War doch hier schon mal. Knoten, alles auf Damage-Skill, habe ich auch so gemacht. War eigentlich eine Werkbank sogar? Hier ist sogar eine Werkbank. Habe ich jetzt genug Knoten? Mal gucken. Damage ist natürlich nie verkehrt. Äh. Ich habe einen Knoten. Da kann ich eigentlich nichts tun mitnehmen. Da kann ich auch nichts direkt verbessern. Plasma-Cutter. Impulsgewehr auch nicht. Ripper auch nicht. Laser-Kanone auch nicht. Gut, dann spare ich mir das noch. Ich verliere das ja quasi nicht. Möchte ich sie da nach oben nehmen? Ist hier durch. Vincent, auf. Ist gerade hell und ruhig. Eigentlich eine gute Gelegenheit, mal eine zu rauchen. Habt ihr den resignierten Seufzer von nebenan gehört? Herzlichen Glückwunsch, Stuhl-TV. Das ist, äh, berühmten. Zehn Tage ohne ist schon eine Leistung. Okay, da muss ich jetzt irgendwas tun. Das mache ich jetzt mal eben. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Okay, ich habe eine Giftkapsel. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydro-Kulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Da ist alles zu. Ich glaube, ich glaube, sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ah, hier ist es jetzt offen. Okay. Aber das tut mir leid, Abmahnbüro, aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Vincent wagt Leopatas Hornhautraspe. Das ist nicht verkehrt. Das kann man schon mal sein. Oh, gut. Das weiß ich auch nicht, wer die geschrieben hat. Bestimmt meine Freundin. Hallo, Speiser. Bitte Speiser. Ich kann mal wieder Alte überschreiben. Das ist so random, welche Schränke offen sind und welche zu sind. Aber stellen sie überhaupt Schränke hin, wenn die zu sind? Vielleicht werden sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Äh. Oh, ne, ist es schon wieder der? Ich hatte es gehofft. Ich muss ihn hin, weil muss ich ihn machen. Was ist das hier? Ich habe irgendeine Reise. Oh, ne, ist es jetzt auch nicht? Tschüss. Warte, 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 warte. Au, warte, wo kommt der denn her? Aha, wo kommst du denn her? Nein, auf damit. Oh, ich muss in die andere Richtung. Scheiße. Hör auf, hör auf. Mach das nicht. Mach das nicht, Alter. Mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Das will doch keiner. Jetzt kann ich hier wieder raus? Kann ich hier nur mal kreisen? Hallo? Es ist ja schön, dass du kuscheln willst, aber geh mal weg. Oh. Bam. So, was ist meine Aufgabe? Ich muss da rein. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas tun. Ich will den Knopf drücken oder was? Was ist das? Energieknoten. Toll. Den wollte ich jetzt. Was ist das? Da sind. Was? Das ist meine Energie. Was? Wo ist es? Okay, da ist noch so ein Monitor. Was? Ach so. Ah. Ich erinnere mich. Also ich erinnere mich nicht, aber ich verstehe. Aber wie? Ach so. Dann muss ich den da rein schießen oder was? Nein. Oh, ja. Ich höre dich, aber ich sehe dich. Nein, nein, bleib da drin, bleib da drin. Bleib da drin, bleib da drin. Ist der da noch drin? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal. War der drin? Ich weiß es nicht. Er lootet erst mal. Ja. Das war skill. Das war das letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ja, das fände ich auch so ein bisschen. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorailstation, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Okay, der Kommentar meiner Freundin lässt darauf schließen, dass man es auch hätte anders machen können. Mit Stase da drin gefrieren, meinst du? Ah, okay. Hab ich doch gemacht, oder? Du hast die Beine geschossen. Okay, da habe ich mir jetzt gerade erst mal eine Zigarette verdient. Oh, Entschuldigung. Es ist witzig, dass ich deinen Kopfhörerklapper in meinen Kopfhörern höre. Also ganz kurze Pause. Ihr könnt alle da bleiben. Wenn ihr wollt. Ich brauche nur kurz eine. Du willst nicht, mir kann ich verstehen. Mein großes Laster. Mein großer Laster. Warte, wir können eigentlich auch mal hierhin kurz gehen. In der Zeit. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So. So. Warte mal hier. So. Meine Benachrichtigung wegklicken. Puh. Äh, zack. So. Hab ich denn im Inventar eigentlich irgendwas? Nein, da wollte ich nicht hin. Äh, Karte, Mission, Datenbank, Inventar. Ich hab ganz schön viel Munition für den Ripper. Alles klar, dann kann ich den jetzt mal ein bisschen mehr benutzen. Könnt ihr mal die Waffen mal gerade durchladen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Inventarplatz, wenn ich das richtig verstehe. So. Obwohl wir leider eh gerade nicht so viel Loot haben, aber ein bisschen halt. Warte, wir müssen, wir müssen da hin. Was gibt's denn hier? Achso. Haha, da komm ich hin. So, ist denn hier noch irgendwas an Loot, was wir übersehen haben? Nein, da kam der eben da her? Moment, der war doch da mit uns hier drin. Aber hier sind wir von hinten irgendwo gegen gesprungen. Er ist wahrscheinlich hier rausgekommen. Die Sau.